Elite! Spezialist Held! Held! Stell ich mir episch vor? Jaja, sie können jetzt über die gesamte Web alles kaputt schießen mit einem Schuss! Missionsbesprechung beginnt. Commander, das Kollektiv wird mit jedem Angriff stärker. Es ist wichtig, dass Sie die VTOL-Technologie so schnell wie möglich bergen. Die Analyse der Flugmuster legt nahe, dass die VTOLs in dieser Region starten. Dies ist wahrscheinlich der Luftstützpunkt aus der Zeit vor dem Kollaps und damit Ihr primäres Missionsziel. Löschen Sie die Streitkräfte des Kollektivs aus und bergen Sie vorhandene Artefakte. Missionstimer aktiviert. Ach, jetzt merkt ihr, dass da oben die feindlichen Flieger starten. Nach Auswertung aller Daten. Ja. Die riesigen Flugfelder da hab ich nicht gesehen. Neul! Was? Oh, jetzt wird alle unzugewiesen. Wie geil. Egal. Ja, die haben sie da unten abgeladen. Geil. Ach, komm, wir schauen noch mal schnell dahin. Wir haben Jahre damit verwendet, unsere... Äh, nein, wir haben Jahre gebraucht, um herauszufinden, dass anhand dieser Flugdaten der Flugplatz direkt vor unserer Nase ist. Die riesige Landebahn ist uns aber nicht auffallen, nein. Ach, nein, Moment, das sind ja Senglisch-Stadt, die haben gar keine Landebahn. Da könnte ich mal ein paar Mörser hinstellen. Ein Commander mit Mörsern könnte ich noch aufbauen, ey, das ist gar keine schlechte Idee. Hm, ja, doch. Also da ist noch eine Basis und... Was? Zur Hölle war das? Hallo? Nein. Okay, was immer das war... So, entweder hab ich mir grad irgendwas eingebildet oder ich... Hab ich... Was? Zur Hölle ist das? Was? Sind es diese Raketenwerfer? Boah, scheiße, schießen die weiter. Egal, also die Basis machen wir auf jeden Fall das nächste Mal zum ersten Platz. Aber es ist das nächste Mal, denn ich hab noch was vor. So, Videos schneiden und so. Boah, das dauert wieder. Also dann, beim nächsten Mal geht's weiter mit Wasun2100. Ja, auf Wiedersehen!